Moin! Willkommen in Lübeck am Hauptbahnhof. In Schleswig-Holstein sollen in nächster Zeit die ersten Akkutriebwagen des Typs Stadler Flirt Akku in Dienst gestellt werden. Sie werden nach und nach die Dieseltriebwagen Lind 41 ablösen, die bisher auf vielen Strecken rund um Lübeck fahren. Die Aufnahmen in diesem Video stammen vom April 2023. Damals waren die Lind 41 auf den Linien RE 83 nach Lüneburg und Kiel, RB 84 nach Kiel und RB 85 nach Neustadt in Holstein im Einsatz. Daneben fahren Lindt-Triebwagen als RE 4 in Richtung Neubrandenburg. Diese Linie, die auch Stadttore-Linie genannt wird, gehört allerdings nicht zum Nahverkehr von Schleswig-Holstein. Außerdem seht ihr in diesem Video noch die Doppelstock-Triebzüge des Typs Stadler KISS. Sie fahren von Lübeck aus auf den Regionalexpress-Linien RE 88 nach Hamburg und nach Lübeck-Travemünde. Und nun viel Spaß beim Ansehen. Lübeck-Travem Lübeck-Travem Metall soften Lübeck-Travem Ok Top Vielen Dank. 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 Vielen Dank.